Moin moin YouTube, was geht ab? LS22 Frontier-Fans, herzlich willkommen zurück zu dem LS22 Frontiers-Projekt hier gegen unsere Klabautabuster-Männer da. Schön, dass ihr wieder mit einschaltet und ja, wir haben ja in der letzten Folge darüber philosophiert, wie wir das Ganze mit dem Drescher und dem Getreideverkauf da jetzt machen. Ich denke, wir sind uns da jetzt relativ einig geworden. Wir werden uns einfach, wir werden uns das Angebot anhören und werden dann aber ganz schnell dann auch für uns entscheiden, ob das überhaupt Sinn macht oder keinen Sinn macht. Weil wir haben einen Preis für so einen Drescher zu mieten von, was hatten wir letztes Mal geguckt? Ich glaube knapp 17.000 oder so würde der uns kosten in der Miete. Ja, irgendwie sowas in der Art. Und dann pro Stunde natürlich noch on top. Das ist aber Arbeitsstunde und dementsprechend willst du den Baum hier mal ein bisschen rausziehen, den ich hier gerade gefällt habe. Aber natürlich. Dann hoffe ich einfach mal, dass unser Feld jetzt langsam erntereif wird. Immer noch nicht. Was haben wir da jetzt nochmal drauf? Das ist... Soja. Sorgung. Und Sorgung. Also wir haben zwei Fälle. Soja und Sorgung. So, was sagt denn der Sorgungpreis aktuell? Er sagt... Er sagt... Er sagt 369 Toppreis bei Verkauf alles Container. Ist die Getreidemühle seine? Ja. Warte mal. Das ist seine, ne? Die hier angezeigt wird. Ja, das ist seine. Cool. Also er kann es mit dem Preis auf jeden Fall nicht übers Ohr hauen. Ähm, 363 ist da der Toppreis aktuell. Oh, okay. Also 369 verkauft Container alles. Also er müsste ja locker über den Preis gehen, ne? Ja, pass auf. Am Ende geht er nur 20 oder so über den Preis. Ja, logisch. Weil dann verkauft er das einfach in einem anderen Monat. Da kriegst du nämlich fast 500 dafür. Im Januar Toppreis 500. Pro 1000. Gut, dann lagern wir das einfach so lange. Wir verkaufen das nicht. Wir haben keine Verkaufsnot. Ja. Uh. So, dann lass mich den mal kurz schnibbeln hier. Moment, Moment, Moment. Ich versuche wieder im Ganzen zu nehmen. Die ist hier alles so doust auch. Hoppala. Ihr habt ja hier erstmal noch einen Anhänger, ne? Ja, ja. Ich fahre einfach mal um die Ecke und mache da ein paar Kleinigkeiten. Ja, wir haben hier auch ganz viele Esser auf dem Wohnen rumliegen. Ja, ich hänge gerade irgendwo. Oh. Warte mal, ich schneide dich hier jetzt erstmal oben ab. Warte. Oh. Oh, Tom. Was machst du? Nee, g команд. Ach, а warum fährst du da rüber? Hallo. Ich versuche hier was abzuschneiden. Hallo. Moment. Ichol über denatzinger. Ichol über denatzinger. Was? Also, ich dau jetzt hier das Äля. Prozent Prozent was macht ihr da wird sie ja genau wie sie es passt nämlich nicht bitte über den Anleger in der Stiefer so jetzt kann er das heißt einfach nö natürlich das Problem so aus müssen die Leider nehmen und hier um die hochkommen und sie ist ich komm hier nicht hoch ich bin zu fett ach jetzt halt so schön so schön so schön so nächster ist es Beleuchtung an hier Entschuldigung sehr schön so der Rest der passt hier rein dann kann ich den nächsten fällen oh hier liegt aber ganz viel äh Kleinscheiß auf dem Boden ja können wir hier nicht diese es gibt so einen richtig geilen Fräsen-Mod können wir den für so einen Kleinscheiß hier nicht einfach mit reinholen Alarm im Darm Huch dann gehen wir kurz die Alarmanlage los bei dem Marcel so 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 das ist der 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 Ton ist Pose oder auch infiltern über was nicht auf die insel passt okay genau einmal bitte dir den traktor und wenn du es gefunden hast den hier soll ich nicht über den anderen könnt ihr nämlich weitermachen genau wie gesagt der insel ist was was nicht dazu gehört dass was nicht urbanes was ist hier los dober sagt bescheid wenn ich den traktor haben kann was nicht dahin gehört genau und das bringst du bitte einmal in die mitte in die mitte genau noch nie natürlich im dunkeln ja sind aber nichts wo ich eine poltergabel oder sowas brauche oder die schaufel müsstest du bestimmt benötigen du musst dir was dorthin bringen jetzt bin ich mal gespannt ich dachte aber ich bei dir geht feuerwehrladen los ist und habe ich nicht gemütet ich dachte mir so was denn jetzt los so laut würdest du es glaube ich nicht hören du sagst das mal nicht ja gut weil wenn mein handy geht der wird rot und moin dankeschön für euren prime subs herz willkommen so hier die oben die insel ja also ja genau also irgendwas darauf was da nicht hingehört genau diese auf dieser kleinen insel gibt es gibt es was was nicht zu der insel gehört das ist aber diese insel wo ich mit der brücke rüberkommen richtig ja genau genau jetzt bist du auf dieser insel vielleicht hätten wir doch einen anderen sound nehmen sollen ach du scheiße das soll ich jetzt in die mitte bringen ja was bringst du einmal bitte in die mitte wo dahin einfach nur mit ich mit ich bin genau okay es auch immer noch so wir müssen die straßen nutzen richtig ja gut ich wollte es nur noch mal nachfragen kann ja sein dass der ein oder andere ist schon vergessen hat dass man hier irgendwie was fällt kann lande oder so ja also ich meine der gesunde menschenverstand sagt ja in sünde menschenverstand ja aber die gewinner intuition eines jeden mannes kennst du selber das ist richtig aber im grunde genau wenn keiner guckt guckt keiner natürlich das ist richtig aber ich habe es gefunden das ist es gefunden hast du denn auch dort ein zeichen darauf entdeckt ja das sieht aus wie ein silo also ein lager sie nur die frucht sehr 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 schön wenn wir jetzt natürlich multi frucht sie du kriegen umso besser das wäre genial was haben wir uns für ein silo hingebaut ja gut aber das silo können wir theoretischerweise dann auch für ein felder verkaufen richtig ähm hä warum ist denn die brücke oben achtung schanke öffnet zwischen 8 und 19 uhr was äh dann fahrt euchs wasser jetzt läuft jetzt läuft er hier ab ne ne säuft er nicht ja aber das schild das schild ist weg scheiße ich habe es gerade bei dem spring gesehen gar kein problem katastrophe ich sag's dir ja fahr noch mal ins wasser junge wenn du schon dabei bist kannst du mal ein bisschen den shop bereich räumen oder da steht nichts mehr da steht nichts mehr ne liegen da auch keine ballen mehr oder so ne ach ne ne da hinten lag nichts mehr so da steht ja schon ein schild ich stell das einfach mal dazu huh mehr so was ist da drauf ach auch Multifrucht 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 sehr schön na du ist ja toll hervorragend sehr nice ja das heißt jetzt kann ich wieder zurückkommen genau jetzt kannst du zurückkommen und deiner Arbeit nachgehen ganz schön tu was für dein Geld weil wir stehen die ganze Zeit und trinkt haben ja genau ihr Bein Alter hast du ein Stück Feuerkuchen über ja natürlich ach sehr schön sehr schön ach hier stehen die Sachen guck mal die haben das hier an die Seite gestellt ah ja ja wenn da noch ein paar Ballen sind weiß ich nicht Bescheid dann warte bis die weg sind ich guck grad aber ne hier steht nichts mehr Steine sammler ein riesen was ist das eine riesen Scheibenegge hat er sich geholt keine kleine Ansagenmaschine was ist das jetzt das ist das Geld für das Multiflucht-Silo wir haben ja schon ein Silo stehen ist das nicht ein Multiflucht gewesen was wir dann zeigen nein das war ein Standard-Silo das war ein Standard-Silo okay genau jetzt steht das Multiflucht-Silo da wir müssen uns das auch hinstellen ja ich hatte eben gerade so ein klein bisschen die Hoffnung dass wir selber die Wahl haben ob wir uns das hinbauen oder nicht nein okay cool ja sehr schön jetzt haben wir ein Multiflucht-Silo genau du sag mal Torben wie ist das hast du noch einen Kaffee ja natürlich natürlich weil ich kommunizieren muss keiner her ja oh da ist ein Re da ist ein Futter aber theoretisch ich habe jetzt noch eine kleine Verständnisfrage ja ich könnte das doch aber jetzt trotzdem theoretisch direkt verkaufen oder nicht weil das gehört ja nicht zu meinem Start-Equipment was hieß was ich erst ab dem 5. Feld verkaufen darf ja stimmt ähm das Silo gehört nicht dazu oder stimmt ja da aber das würde ich nochmal mit der PL äh abklären gar kein Problem ne weil es hieß ja nur das Start-Equipment darf erst noch von Folge kommen genau das würde ich halt erst äh erst nochmal abklären weil ich mir da selber nicht ganz ja es rennt ja nicht weg wir haben ja keinen Zeitstress wir haben ja jetzt sowieso erstmal gleich die Ernte vor uns wie sieht das eigentlich aus ist das Feld schon erntereif René dankeschön für deinen Fall und Fanfarmer dankeschön für deinen Fall oh ja es ist Ernte ja sehr schön wollen wir dann mal schnell schnacken gehen mit dem Tino was er uns jetzt anbieten würde für das Trash weil ich würde mir das Angebot halt nur einmal kurz anhören wollen was er uns bieten würde an Geld weil ich würde das ja auch erst im Januar verkaufen an ihm weil da gibt es mehr Geld ja ja hör dir das Angebot einfach mal dann siehst du ja was er jetzt dir mehr gibt das kannst du dir hochrechnen was er dir denn geben würde genau hör du dir das Angebot an ne und wir mieten in der Zwischenzeit den Mähdrescher ja oder ja können wir auch machen ja das wäre das leicht assi das wäre leicht assi aber das könnten wir eigentlich mal machen so hier habt ihr den anderen Trecker so ich werde ich werde mal fragen gehen ähm ich würde den Case Axial Flow 92,50 mieten ähm weil der hat weil an den kannst du nämlich ein Schneidewerk dranhängen was zeitgleich auch ein Anhänger ist und 13 Meter fast beträgt genau sehr gut ach so waren wir nicht bei dem New Holland genau wir waren bei dem New Holland also aber für den Mähdrescher zahlen wir knapp 25.000 also komplett mit Schneidewerk na ähm aber durch die hochgezogene Brücke na hast du hast du Probleme mit dem mit dem Schneidewerksanhänger weißt ähm mit dem Schneidewerk runterfällt oder irgendwas aber wir hatten das doch schon das letzte Mal besprochen ich bräuchte doch eigentlich gar keinen Schneidewerkswagen nutzen oder nicht denn ich habe weil ich ich würde gar keinen Schneidewerkswagen nehmen ganz ehrlich ich würde das Ding vorne dranhängen weil das hat ja eh nur 8,5 m ab durchs Wasser damit dann miete ich für uns den 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 New Holland so machen wir das ich höre mir mal sein Angebot an genau servus servus das geht gar nicht oh oh was ist da los weil ich glaube halt tatsächlich dass die Bäckereien zum Laufen bringen unser rot werden wird am Ende so im wahrsten Sinne des Wortes äh hallo Keule gar kein Problem lass ihn ruhig weitererzählen ja wir müssen unsere Bäckereien zum Laufen bringen ich glaube das ist jetzt nicht das Geheimnis nö überhaupt nicht aber so jetzt erzähl du mal was würdest du denn jetzt für ein Angebot machen für deinen Drescher wenn ich hier Sorgum ernten möchte äh möchtest du würdest du sie mir verkaufen es kommt jetzt auf das Angebot drauf an Sorgumhörse aktuell jetzt Sorgumhörse und später dann Sojabohnen Soja können wir leider nicht verarbeiten die kann es in direkt verkauft tun aber pass auf ich würde mich ganz kurz beraten mit meinen Jungs und würde mich dann direkt bei dir melden ich versuche das jetzt in den nächsten drei Monaten Minuten noch zu machen solange wie die Folge geht und jo mach das Perfekto Perfekto danke ciao ja ciao so die wollen sich jetzt erstmal beraten ah was sie bezahlen wollen ja was sie uns halt für ein Angebot machen weil ich hab gesagt wir hätten hier Sorgumhörse und ähm er würde das ja dementsprechend ja ankaufen wollen und irgendeine Kombination wollen wir jetzt machen wegen Geld für Drescher und Geld was ich fürs Ernten gut krieg und so weiter und so weiter mhm so eine schwierige Geschichte denke ich weil ähm Preis ich bleib halt dabei wir würden das ja bei uns jetzt auch einlagern und wir würden es ja erst im Januar zum Toppreis irgendwann verkaufen ja der irgendwo bei über 500 liegt im besten Fall weil aktuell liegen wir bei weit unter 400 also ja das macht ja gar keinen Sinn ne und äh und äh zeitgleich fangen wir einfach schon mal an zu dreschen richtig richtig muss er ja nicht wissen muss er ja nicht wissen genau so machen wir das ähm ja schick da hinten steht unser Multifruchtsilo das haben wir eben gerade gewonnen netterweise sehr geil auf jeden Fall ich würde sagen dann befüllen wir auch das Multifruchtsilo ja und äh das andere verkaufen wir dann irgendwann genau weil das hat ja das hat ja jetzt auch nicht zum Startlings gezählt ne also da wäre halt echt super geil wenn wir das halt wirklich mal geklärt kriegen ähm ob wir das Ding jetzt verkaufen können oder nicht dann das hat ja gleich in der Pause mal geklärt weil zwei brauche ich ja nicht ja aber gut Jungs und Mädels Challenge Time Nummer 1 wer suchet der findet äh wir haben es gefunden mega geil auf jeden Fall und dann danke ich euch fürs Einschalten sage bleibt dran schaltet bei den anderen ein lasst überall ein Däumchen und ein Abo da und äh ein paar Kommentare für den Algorithmus von YouTube und dann schaut in die nächste Folge rein mit wie wir uns mit Manus geeinigt haben oder halt ihr wisst es ja schon gar nicht geeinigt haben also Kuss auf die Nuss Liebe geht raus Tschö mit Ö bis zum nächsten Mal Tschö